Ja, und trotz Hupen natürlich als Zweiter gleich hinterher, so muss das. Das Auto merken wir uns jetzt mal, auch den Abstand merken wir uns, denn das wird auf jeden Fall gleich noch interessant werden. Die Gestik, hier die Hand so rauszuhalten, soll mir wohl sagen, er weiß gar nicht, worum es geht.